Hey, hättest du irgendwas falsch gemacht? Bro, wie kannst du was falsch machen? Du hast nicht mal angefangen. Du hast es falsch gebaut. Hab ich nicht. Guck auf die Anleitung. Du hast das Ding falsch gesetzt. Und wieder falsch. Hä? So, als wär er so älter Steine. Lego. Wir haben hier die 21,1,65. Kleines Lego-Set für 8 Jahre. 35 Euro hier für roundabout 210 Teile. Das ist ne Menge. Und da sind ein paar coole Sachen dabei. Wir haben hier die kleinen. Ganz süß finde ich die kleinen Figürchen hier. Ich schwöre so reden, das sah ziemlich gut. Hier der Villager auch ganz nett. Hei. Kann ich einfach nichts machen und einfach nur hier sitzen und dumme Scheiße laufen? Ja, das passt. Okay, sick. Muss der Villager in die Schokowanne rein? Der Villager muss nicht in die Schokowanne rein. Will der Villager in die Schokowanne? Der Villager will nicht in die Schokowanne. Hast du so eine Beine zufällig? Digga, der ist so cursed. Guck mal. Wie klein ist denn der? Jetzt kommt der Villager. Ich check nicht. Wo gibt's diesen Mob in Minecraft? Das ist ein Skin mit Elytra, Bro. Der hat eine Elytra an. Halt, das macht so Sinn, Digga. Bro, der Villager braucht Beine. Ja. Ach, da sind die. Ich hab die ganze Zeit gesucht. Das ist unlogisch, oder? Bro, das Schaf ist ja übersüß. Check mal. Oh. Halt doch in die große Cam. Nicht in den. Guck mal hier. Hier geht's nämlich schon wieder loslegen. So, da haben wir es nämlich, ja? Klar. Also, hier. Hier wieder bunte Steine. Der Rest der Rampe. Wieder mit verbaut, klar. Digga, ich hab ja irgendwas falsch gemacht. Bro, wie kannst du was falsch machen? Du hast ja nicht mal angefangen. Guck mal, so sieht das doch nicht aus. Nee, anders. So. Du hättest es nur einmal drehen müssen. Boah, das ist ein richtig schweres Set. Bro, du, da, nein. Guck mal, da liegen zehn Klemmbausteine. Okay, kennt jemand das Set? Hier hat das jemand schon mal gebaut? Das Set ist ab acht, ja. Tobi haben wir Behindertenbetreuer. Ja. Digga, das Set ist ab acht Jahren und du bist einfach 18. Imagine, du bist 18. Cringe. Okay, jetzt brauche ich einen Stein hier. Bro, das ist so kompliziert. Das ist so eine dumme Perspektive hier, Armin Akron. Bro, das, guck mal, hier sind zwei Blöcke, die du aufeinander machen musst. Ja, wie? So? Und die gehören auf den Orangenen drauf. Du hast es verkackt gerade. Warum hast du ihn so hart hier durchgeschüttet? Digga, du hast ja mit voller Kraft. Der ist falsch rum auch. Digga. Och, jetzt habe ich es aufeinander gebrochen. Du Wicker. Das war keine Absicht. Digga, warum machst du es kaputt? Warte, warte, warte. Alles gut. Keine Sorge. Nein, das ist das hier. Was hast du denn gemacht? Mann, Romatra. Romatra. Der hier muss, warte, wir bauen den um. Ich mache es smart. Ah. Mann. Mann, es tut mir auch leid. Oh, ich zitter ein bisschen. Ich bin nervös. Noch nie vor 5000 Leuten. Oh, warum ist der jetzt hier? Digga. Und ich beschwere mich auch noch. Bro, den hast du aber so zusammengebracht. Nein, aber du hast es. Glaubst du, der Held der Steine würde sich diesen Lego-Stream angucken? Der Held der Steine sitzt gerade zu Hause und rastet aus. Der Held der Steine versucht gerade herauszufinden, wo Kevin wohnt, damit er mir in die Schnauze hauen kann. Okay, jetzt ist erstmal eine Challenge. Wir müssen es zusammensetzen. Das ist gar keine Challenge. Boah, Digga, wie? Hier, guck mal. Warte. Halt es. Nein, stopp. Ich lege es erst mal so hin. Warum baust du das? Warum baust du das falsch rum? Was? Du hast es falsch gebaut. Hab ich nicht. Guck auf die Anleitung. Du hast das Ding falsch gesetzt. Und wieder falsch. Hä? So. Ja, jetzt. Digga, what the fuck ist das? Überverpackt das jetzt? Aber ey, wir bessern uns heute Sebastian. Was baut er? Das ist wirklich so, als wäre ich irgendwie so zurückgeblieben, ne? Und du moderierst so und hast so einen Stream mit mir und... Der, ich bin so der von 14 bis 18 und der betreut dich so, weil der den Eltern erst von der Arbeit nach Hause kommt. Und dann bin ich die ganze Zeit zu Hause und schrei rum. Oh, verschiedene Grüntöne. Aber was bringt denn dieses Drehrad? Das ist zum Drehen. Danke. Achtung, jetzt kommt hier eine Baseplate drauf. So, eine Baseplate. Achtung. Okay. Abbohrergerät, Abbohrergerät. Ja, setz dich mal drauf. Digga, wir haben einen Abbohrer gebaut. Wie chillig. Das hätte halt einfach einen Abbohrer. Wie geil. Digga, so Legotech... Du bist voll lost, so wie Trimax. Die komplizierten Sachen hier bei Legotechnik, sowas hier fühle ich halt, ne? Das ist falsch gemacht. Warum? Ne, weitermachen mit dem Grauen. Mensch, wenn ich nicht hier wäre, ne, Sebastian? Ja, das wäre jetzt aber nicht so notwendig gewesen. Na klar wäre das notwendig gewesen. Weißt du, ich mache das zu Spaß dahin, oder was? Da sitzt ein Engineer fünf Tage dran an so einem Ding. Das ist viel unangenehmer, das jetzt anzufassen als vorher. Das ist viel schlechter jetzt. Was macht denn das jetzt am Ende? Ja, das ist so zum Bewegen. Ja, was bewegst du? Ja, die Bienen, die fliegen dann, glaube ich, damit. Nee. Doch. Der Baum bewegt sich. Nee, die Bienen. Die, wir haben keinen Baum, ne? Leo macht voll Spaß, wenn man das gut kann, wie ich. Alter, und die Bienen. Digga, das ist ja so kurz. Das ist ja wie unsichtbar, das Ding. Ja, man sieht's fast gar nicht. Cooles, cool Lego. Ey, Lego, das ist, Lego, das ist übergeil. Sega. Man sieht das gar nicht. Guck mal. Hä? Seht ihr die Illusion, Leute? Die fliegen. Die fliegen einfach. Das ist so krass. Das ist der größte Scam. Bro, wie kleben die da dran? Seht ihr das, Chat? Seht ihr das? Halt mal in die Cam hier. Chat, guck mal. Alter, das ist unsichtbar, dieses Ding. Seht ihr wie die fliegen? Wirklich, also das ist echt krass. Hä? Wie geht das? Ja, das ist crazy. Oh. Oh, der neuter Bienenmann. Ja, doch, Elytra, wie bist du nicht geflogen? Ja, true. Willst du Bienen rauchen, äh, bauen? Kann man eine Biene rauchen? Was passiert? Hey, guck mal, die ist doch schon fertig. Guck mal, du musst einfach nur genauso nachbauen, wie es da ist, okay? Ja, krieg ich hin. Hast du Bock? Kannst du mir die Teile geben? Ja. Die Bienenteile? Die Bienenteilchen. Bro, wie viele Bienen sollen wir noch machen? Alter, es ist ein Bienenschwarm. Ey, das Coole ist, wenn dann die Bienenmann fertig ist, können wir gleich den Honiggolam bauen, Leute. Let's go. Aber dann müssen wir erst noch ein bisschen griden dafür. Ich würde so gerne mit Trimax mal Lego bauen, Alter. Gucken, wie der dabei ausrastet und dann Romatra anschreit. Ey, Romatra! Darf ich dich kurz stören? Hm, wenn du es willst. Kannst du es machen. Hab gemacht. Danke. Kein Problem. Du? Bro, hier ist dieses geile Grün, was wir gestern hatten. Das ist das geilste Grün der Welt. Wie heißt das Grün? Geilgrün. Ist das echte Lego oder Held der Steine? Das ist das Held der Steine Lego. Ich will wirklich, ey, Kevin, willst du auch mal den Held der Steine besuchen gehen? Lass mal zusammen machen, Digga. Ich hab auch über Bock. Ich hab mich auch schon mal eingeladen. Echt, schick ihm mal ein Bild, das ich gerade am Lego bauen bin. Jetzt sagt er, ich schreibe dir so ein Dreckset, was er da baut. Das ist ein Fehler. Ich mag ihn übertrieben, Mann, wirklich. Man sieht gar nicht, dass die Bienen unten festgehalten werden. So geil das Set, oder? Actually ist das ein sehr, sehr weirdes Set. Bro. Sieht doch nicht so toll aus. Das war auch nicht das Teure. Wie teuer war das? Weiß ich nicht. Ich glaub 15, 20 Euro. Echt? Ja, das Lambo-Ding hat ein bisschen gekostet, ne? Das hat nur 15 Euro gekostet? Das glaub ich nicht, Digga. Also 60 insgesamt. Also wenn das genauso viel wie das Lambo-Set kostet, dann bin ich dumm. Doch, 15,30 Euro. Hä, das ist voll fein, oder? War das runtergesetzt? Das muss ja runtergesetzt gewesen sein, weil da war ja über viel, da war ja über viel frei. Also das ganze Lego-Regal war halt, war halt leer. Hä, das ist aber voll, das ist aber voll. 45 Euro den Lambo, das Lambo-Set. Geht auch voll klar, oder? Actually, wie das Thema, was denn? Komm, ich setze hier noch einen drunter, komm. Wow, du setzt noch einen drauf. Oh, hier kommt ein Acura-Stöckchen hin. Der kommt ins Pizza. Was ist das? Da kommt die Biene drauf. Nein, da ist Luft drin. Achso, die hängt da nur so, oder was? Ne, warte, du kannst das gleich festmachen. Ne, geht nicht. Doch, gib mir das. Lass doch mal. Guck mal, ich hab's geschafft. Echt jetzt? Ich bin OG. Was macht dieser Villager jetzt hier? Der hat überhaupt keinen Bezug dazu. Der macht einfach nur ein Geräusch. Doch, der ist der Farmer davon. Ja, das war's jetzt, oder was? Alter, ein geiles Set, aber wirklich. Warte mal. Lit, sagt man. Wir können ja mit Gimbal filmen. Ich bin eine Biene. Oh, geil. Wir machen mal kurz auf groß, ja? Guck mal, Chat. Eigentlich. Ich mach krasse Kamerafahrt. Eigentlich ganz neat, oder? Und die Gratisteile? Die Gratisteile, die nehmen wir mit und erstmal auch. Klar. Koggers, Digga. Dafür erstmal Koggers in den Chat, Alter. So, was machen wir hiermit? Alter, guck mal, krasses Setup. Okay. So, Freunde, herzlich willkommen. So, jetzt erstmal, Leute, wir schauen uns jetzt erstmal den neuen Dehner-Vlog an. Boah, hast du mit dem Wasser? Kevin, das Set ist fertig, ne? Guck mal. Dreh wieder andersrum. Alter, wir machen Live-Range. Achso. Achtung. Warte, ich filme das Set kurz. So. Warum ist denn das so weird? Boah, das ist so wack. Das Set? Guck mal, die Bienen, siehst du, die fliegen gar nicht. Also, sieht man eigentlich, wie die das fliegt. Das Set ist harsch. Ja, ne? Ich würde dir das gerne schenken. Ja, ich würde es nicht haben. Okay. Ja, egal. Daumen hoch. Du, man sieht dich gar nicht. Kevin, deine Füße stinken. Nee, man sieht dich gar nicht. Ich glaube, es war, ist eher, weil ich gerade gepupst habe, aber... Aber warum stinken deine Füße denn nach Scheiß? Kannst du das gerade einfach auflegen? Was? Achso. Viel Spaß auf Arbeit. Danke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.